Der Almburg! Deine Oma war fast im Gipfel. Kontrolle hier geblieben. Du machst das doch immer wieder, ne? Ja. Soll ich dir was verraten? Wer ist denn... Vielleicht... Mal... Konzentriert spielen? Mach ich doch. Wie viel Bananen hab ich noch? Weißt du, dass ich dir rate? Sterb! Ich hab nur... Ich rate dir, ich sterb! Doch! Lalalalalalalalalala Komm runter, dann kann ich dir das zu sterben. Lalalalalala Geh mal an. Was, stirbst du doch eh jetzt? Leck! Dankeschön! Ja, ich merk's. Boah! Du hast für'n Leck grad. Der Chucky. Das ist grad extrem wieder. Deine Mutter Leck! Geht auch da mal schon rum. Ja, jetzt hack mich noch in Affenstücke! Ja. D-D-D-D-D-D-D-D-D Adolf! Hab ich nur kein save mehr. Hm? Hab ich nur die hälfte nicht mehr... Bin jetzt jetzt... schon bei der hälfte gewesen? Oh... Hallo! A-A-A. Ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht sterbe. Naja, im Leben könntest du noch kriegen. Könnt ihr, könnt ihr. Nicht. Ja, siehst du. Doppelgegenover. Kurz vor dem Ende. Gegegegegenover. Na, wist no fun. Ja, aber gut, dass ich da oben jetzt immer noch bin. Nein, hatte ich nicht. Ah, geil. Hehehehe. Okay. Hatte immer vergessen zu speichern, ne? Oh, das ist eben durch. Ah, jetzt hab ich den Agro. Darfst du den nicht auf Anheben wieder? Keine Mutter. Füßt, Eier. Hättest du dich mal in den Arsch beißen lassen müssen. Ne. Doch. Warum? Warum? Weil ich sie befehle. Ne. Dann sowieso nicht. Doch. Wenn ich's sag, dann mach, dann machst du das auch. Ne. Doch. Ne. Extra nicht. Na, stelle du? Extra stark. Ne, da, ist ja... Da war nur die Münze. Ja. Jo, ich will jetzt extra nicht. Bananas in Pyjamas. Bananas in Pyjamas. Sind lustig anzusehen. Bananas in Pyjamas. Der Faggot läuft darunter. Und rennt immer noch weiter eben, hast du gehört? Ja, ist ja behindert. Ja, ist ja behindert. Also, wie du. Also passt das ja. Oh, leck, leck. War es bei dir eben auch so? Nein. Da will ich ja hin. Was sagen wir, die Unendlichkeit? Dieter. Sack, er ist nur am Cheapen, der Junge. Warte, schaff ich das nicht. Da hast du wirklich Glück gehabt, weißt du schon, ne? Nein, nicht das Fass. Doch, das Fass. Mach, schaffst du das so? Ja, komm, das schaffst du doch, ohne Fass. Hat das halt so. Ich schaff das auch nur, um da reinzuspringen. Da. De, 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 de. Das ist aber auch noch in einer Art und Zug das Level durchzukriegen. Hast du gesagt? Jetzt lass mich doch verarschen von so einem Level, vergiss es. Was sind wir denn heute, hä? Ich glaub, es ist bald bei dir. Nee, ich hatte ja doch nicht gespeichert. Nee. Konntest du ja nicht. Ja, ich hatte keine Münzen mehr, stimmt richtig. Wenn du jetzt zwei Münzen findest, was du aber, glaub ich, nicht hast. Das ist genau, ob man die Münzen... Nee, Münzen kriegst du, glaub ich nicht. Das Ding krieg ich nie, irgendwie. Das wohl ist, wenn du abstützt, hast du ja null Münzen. Ja, aber null Bananas. Ja, Bananas. Pyjamas. Weiß ich nicht. Ich weiß das auch grad nicht. Nicht konzentriert spielen, das weiß ich. Doch, was? Ich hab aber nur zu früh gedrückt. Ich hab's vergessen. Ah, so. Hab ich jetzt meine Bananen noch? Ach, meine Münzen noch? Bestimmt nicht. Eine, du bist so... Ah, so ein Kanalien... Ah. Ich bin ein Kanalienfugel. Nein, Ficker, wollte ich sagen. Ja. Ich hättest du doch holen sollen. Ja. Ach, da fahr' ich so richtig gleich wieder. Am besten so wie eben. Beim ersten Mal. Ja, wo ich so war, ne? Ja. Wo du mit Spreizze Beine gespielt hast. Jetzt kein K. Jetzt kein Bock auf ein K. Ja. Ah, du bist so... Alles Kap. Aber wenn du im Moment kurz unsterblich bist, dann schaffst du voll schnell durch, ne? Dann machst du einfach alles. Versuchst einfach alles zu drücken mit Unendsterblichkeit. Oder ich weiß. So, dann hier hinter nochmal. Da, wo der Fackett einmal wiederkam. Klingt also eigentlich die Proling-Kugel. Würde ich grad herausfinden. Wenn das auch mehr zu lenken. Ja, voll Standbild gehabt. Da ist er. Ach, ne. Ich hab ihm voll Standbild gehabt. Wo ich rüber spielen wollte, da hat es kurz geleckt. Ja, Pech. Ist auch hässlich. So, wieder richtig hinsetzen. Ai. Ne, das mag ich nicht. Yay. Wißt du, ich hab yay gesagt. Bin schon zu früh gefreut für dich. Und nicht deswegen. Weil ich Skills habe. Ich hab Magic Skills. Deine Mutter hat Skills. Ich kann jetzt Boo sagen, dann fliegst du runter. Boo. Boo, du fliegst runter. Schauß nicht vorm Save. ich sehe nur die diese raketen im hintergrund ja aber nicht die kirmes sie alles sonst schwarz ja leider schafft das nie ein co gott hast du gut das code im kopf schafft er ernsthaft in einem one also das ist ein glück und seelig wenn du ein level war schaffst in einen one wer glücks und seelig wenn du mal so ein spiel in einem mann schafft jetzt hat er die münze nicht geschafft weiß er hätte jetzt wieder ein leben gehabt doch schade weil ich von mir das weiß ich nicht 1000 euro 4000 euro eine millionen euch nehmt alles siehst du das gefahr was ich möchte ist gar nichts von mir ja so gefragt was ich möchte so hängen bleibt level jetzt wieder ja da haben wir alle münzen ein viele münzen die im bananen ja warum du weißt du dir sein fetter körper an seinem arsch gerammt ist wird der kroko sein kroko ding hinten reinschieben kann oder was mann wir wissen alle riss und schaden hat hoffentlich stirbst du jetzt jetzt schon an dieser bühne sterben müssen beide sogar nichts halt jetzt runter mann springt aber man soll auch ja ja wollen wir gar nicht gesagt wie lange wir machen wir wussten jeder stunde also ja ich dachte guckst du jetzt die minuten was ich hab schon bei halbe stunde gewinnt glück jetzt zwischen dem euro ja aber vorher bin ich kein einziges war drauf guckt erst nach 14 minuten ja ich hab behindert ja ach wo hast du schon wieder so spät 0000 ja haben wir und das war sie gerade nicht weiß ich nicht wo ich stand mit gehabt eben du verhältst du mich jetzt gerade das ist der zweite versuch gerade bei dir warte ehrlich verdient und noch ein leben drei leben jetzt bekommen da wir schon wieder safe an die das immer noch keine wünschen einfach na gut leute und damit würden wir sagen ich will noch einmal doch ich bin aber spaß die jetzt schmeckt und zu lenken nur wird zu lange aufnehmen nein das geht ich will noch einmal extrem wie geht das und keiner spaß sie ehrlich nein vielleicht sprechen doch mal der süchtig ich will noch mal nein du bist so behindert ich bin so süchtig deswegen ist du gespeichert bei mir du bist ja klar alter peter beherrlich ich möchte doch noch einmal ich bin so süchtig nach dem spiel ich weiß ich bin doch mal so süchtig nach dem spiel getroffen aber nicht gestimmt weil es so geleckt hat du kannst doch meine süchtigkeit doch nicht wegnehmen es ist mir egal ob das leckt ist mir egal ich nehme das in kauf ich will das spielen boah das leckt echt extrem ist mir egal da weißt du mal wie das immer ist bei dir oh boah ey ich kann damit komischerweise spielen boah meine augen ne das eine muss grad voll lachen tränen vor weinen was jetzt äh tränen vor weinen tränen vor weinen war das jetzt gerade links oder oben boah ey extrem leggy aah deine mutter ja ah passiert nix schön aber dadurch rennen wieder hast du schon aua trottel 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 beiden seiten kam ja ja ah na gut und damit werden wir sagen bis zum nächsten Mal seit diesem Kampf gekommen ein für zwei die blitzkrankungen tschüss 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 centos bis zum nächsten Mal tschüss Bananas im Pyjama Was? Das ist lustig und zu sehen. Äh.